Hallo meine kleinen Meisters und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Leute und heute spielen wir eine Runde Dead by Fortnite mit dem lieben Rikinash Wons. Dem lieben Skonky Monkey du kleine Chaya Junge. Oh man ist sogar genockt, nice ich hol dich hoch Bruder. Und dem lieben Kidmas Simans. Hallo? Bruder kriegst du Luft? Hallo? Bruder kriegst du noch Luft? Ok Leute ich übersage, jetzt kommt die Erklärung und dann gehts auch schon los. Willkommen zu der Erklärung von Dead by Fortnite. Und zwar meine lieben Freunde geht es in diesem Spielmodus darum, dass es einen Mörder gibt und drei Kinder. Die drei Kinder sind in einem Friedhof eingesperrt und müssen sechs Generatoren finden. Und sie zerstören meine lieben Freunde. Wenn sie das geschafft haben, kommen sie frei. Die Aufgabe des Mörders ist es die Kinder zu töten. Und ich würd mal sagen, viel Spaß beim Video. Ok Leute ich würd mal sagen, es geht jetzt direkt los. Wir sind die Patienten von einem Hospital Digger. Ich, Skonky und Budax sind in einem Team. Also wir sind die Patienten Jungs und wir müssen die Generatoren kaputt machen. Und ich würd mal sagen, wir teilen uns am besten auf. Und KidMath ist der Mörderino. Ich würd mal sagen, let's go in den hier Hospital. Bist du Doktor geworden? Hast Doktortitel KidMath, ja? Tschüss, tschüss, doch! Nein! Ey, ey der Mörder ist bei mir, Digga der Mörder ist bei mir. Bleib bei ihm bitte. Jalla komm! Warte, warte, warte. Mach kaputt Bruder. Warte, warte, ich hab gesmoked jetzt. Komm, 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 komm. Skonky, Digga, wir machen den ersten. Nein, wir schaffen das Bruder. Komm, komm, komm. Ich seh Leben nicht. Ihr findet uns nicht. Komm. Oh mein Gott. Wie komm ich zu euch? Digga, Skonky, du bist meine neue Chaya, ok? Easy Bruder. Gib Kuss. Die Smokes sind so OP. Ey, Jungs kommt direkt zu mir. Ein Generator zu uns. Ey Digga, KidMath ist hier, Digga. Die Smokes sind so OP. Ja und? Wir dürfen... Jalla komm! Er ist hier! Er ist hier! RENN! 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 Ah! Oh mein Gott! RENN! 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 Der ist bei uns. Der weiß, wo wir sind. Ey, wir müssen uns aufteilen. Digga, ich komm nicht durch die Smokes. Doch! Mach dein Auge auf. Du scheiß Doktor, Digga. Er denkt, weil er jetzt Doktortitel hat, darf wir uns jetzt beschneiden, Alter. Achso. Beschneidungsdoktor. Du bist schon beschnitten. Digga, KidMath, Digga. Du bist so ein schlechter... Ach, bin ich? Ja. Bin ich? Ja. Ja. Wurde ich euch grad easy killen. Ne, Digga, ich hab gesmoked, Dings gemacht. Achso, ja, ja. Ja. Ja! Drei Generator noch! Nein! Er hat mich, er hat mich, er hat mich! Nein, 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 nein! Er hat mich! Er hat mich! Nein! Ich hab mich! Ich hab mich! Ich hab mich! Oh mein Gott! Okay, weiter, Leute! Nein, Burak! Ich muss, ich hab so Angst! Digga, renn weg! Es ist Skok! Was geht, Bruder? Nein! Oh mein Gott! Ich lauf im Kreis! Ja, renn weg! Ich lauf im Kreis! Er kriegt mich nicht! Renn weg! Nein! Nein, Bruder! Hör auf! Skok ist raus! Nein! Burak, zerstör! Zerstör! Ah! Ah! Skok, ich kann dich nicht retten! Bruder, tut mir leid! Bruder, ich muss weg! Bruder, ich muss weg! Ich muss weg! Ich muss weg! Ich hab nichts mehr, Leute! Oh, Skonk ist tot! Nein! Nein! Skonk ist tot! Ja! 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 Ja, nice! Bruder, ich bin bei dir! Er kommt, Digga! Er kommt! Du hast mich grad so zum Einkacken gebracht, Bruder! Pass auf, Digga! Wir sind ganz unten! Warum sag ich das? Warum sag ich das? Warum sag ich das? Warum sag ich das? Nein! Oh mein Gott! Zum Glück hab ich mich geheilt, Digga! Zum Glück hab ich mich geheilt, Digga! Zum Glück hab ich mich geheilt! Doch! Ich bin schon weg, Bruder! Bist du? Sicher? Burak! Burak! Ich weiß nicht, was ich bin da! Guck mal, HFD! Hospital, Digga! Halt deine Fresse, Hospital! Nein! Hahahaha! Hahahaha! Okay, ich bin nur noch Burak! 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 Entweder spielst du alleine, oder du holst Odomang wieder! Also, ich bin beim nächsten Generator, der schon mal kaputt ist mein Lieber! Digga, nein, es macht kaputt! Digga, scheiße auf mich! Scheiße auf mich! Scheiße auf mich! Das macht kaputt! Bist du überhaupt! Ne, bist du gar nicht! Bin ich nicht! Bruder! Renn, Digga! Renn auf deinen Weg! Ist das Leid? Nein, renn weg! Nein, der verfagt mich! Nein, nein, nein! Ich bin so tot! Brudak, pass auf! Wir müssen uns verstecken! Er hat nicht! Nein! Achmet, lass mich in Ruhe! Kann das doch die Menschen mit Worten klären! Ah, er ist viel zu schnell! Digga, Brudak, komm weg! Mach was! Ich geb ihm Schellen! Ja, hau ihm! Nein! Nein! Okay, Brudak down! Bruder, noch zwei! Wo ist der? Er kommt runter! Ich bin da eh nicht! Oha, er hat fast einen Einbaum, verrate ich Digga! Egal, der ist fast down, Achmet! Digga, Brudak, du bist tot, ne? Hey Leute, jetzt liegt's an mir Digga! Jetzt liegt's an mir! Kid Maeve? Ja? Herr Doktor? Ja? Bitte, ich will nicht, dass sie meine Prostate anfassen! Ich will das nicht! Äh... Achmet, du suchst wirklich bei D! Oh mein Gott! Ich hab ihn so... Oh mein Gott! Nice Digga, nice! Oh mein Gott, einer noch! Uh, ich will nicht viel sagen, aber ihr seid echt close beieinander gerade! Brudak! Lot's den weg! Ähm, Achmet, du musst kurz in diesen Truck rein, dann transformierst du in Optimus Prime und dann fährst du weg! Achso! Hallo, ich hab noch sechs Minuten! Sagen wir mal fünf! Fünf Minuten hab ich noch Digga! Kid Maeve! Nimm ruhig sechs Minuten! Wo bist du? Digga, du darfst mir nicht abcampen! Ich camp dich nicht ab! Doch, du campst mich ab! Scheiß camp ich nicht ab! Wetten wir? Er camp dich wirb dich nicht ab! Ja, Leute! Okay, okay! Okay, Leute, wir müssen jetzt den letzten suchen! Wir müssen den letzten suchen! Er ist nicht bei mir! Oh! Oben! Ganz weit oben! Wie kommt man hier hoch? Digga, ich check nicht, wie man hier rauskommt aus der Scheiß... Ding! Pool! Digga, campst du den Generator ab, Kid Maeve? Nein! Wo ist der Generator? Leute, Leute! Oh mein Gott, es wird jetzt so knapp! Es wird so knapp! Ich hab so Angst, hier durch die Gänge zu gehen, Digga! Ich weiß nicht, wo Kid Maeve ist! Hä? Lieber Doktor! Hä? Wo ist der nächste Generator, Leute? Einer fehlt! Ah! Was? Gibt Maeve hat den gefunden? Nein! Vielleicht auch nicht! Was? Weißt du, er ist so dummer? Nee! In deinem Ei! Hahaha! Gut! Wir müssen mal wieder hier rum! Hier rüber, wir sind in der Eingangslobby! Hä? Ich seh den nirgendwo, ne? Überrascht! Ah! 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 Nein! Nein! Und der stirbt beim Zahnarzt! Nein! Kid Maeve hat mich rasiert! Der hat mein... Der hat mich richtig beschnitten, der Junge, Digga! Happy Bayram, Olle! Happy Hanukka! Okay, Leute! Ich würde mal sagen, ihr habt die erste Runde leider nicht gewonnen! Ich würde mal sagen, jetzt bin ich der Doktor und werde euch holen! War das gruselig? Nein! Okay, Leute! Jetzt bin ich der Doktorino! Und warum habe ich noch eine Schattengranate? Wolltest du gerade Detektiv sagen oder was? Ich wollte gerade Detektiv sagen! Aha! Dann würde ich mal sagen, es geht los! Oh nein! Bitte nicht! Ich werde euch rasieren, Digga! Mit Shampoo! Wenigstens bist du zertig mit Shampoo! Mit oder Gegenstrich! Gegenstrich, Digga! Wallahara! Mit Nivea-Creme, Junge! Ey, Jungs! Wir müssen den einfach irgendwo mit Gasgranate trappen! Ja! Der kommt daneben nicht mehr raus! Digga! Ich komme da raus! Glaub mir! Seid ihr, mein erstes Ziel wird Kid Maeve sein, Digga! Achso! Oder Budak! Oder Skunk! Einer von den drei! Oder Steff! Hä? Hä? Oh! Ja! Ich habe Skunk! Was? Ich habe Skunk! Ich sehe nichts! Hallo? Test! Ich muss hoch! Ich bin weg! Oder hol mich! Bruder! Ich bin schnell! Nein! Ich bin schon weg! Was, dein Freund? Nein! Ich habe das! Oh mein Gott! Skunk ist tot?! Digga! Als ob ihr ihn nicht geholt habt! Ich hätte nichts gesehen! Ich bin zehn Kilometer weit weg von dem! Hi! Nein! Der kleine Motherfucker geht auf! Der kleine Motherfucker geht auf! Der kleine Motherfucker geht auf! Hilfe! Hilfe! Er ist hier bei mir! Komm her Digga, ich will deine Prostata Digga! Nein! Was bist du?! Ich werde dich zerstören! Nein! Komm her Junge! Bitte quelle! Ääh! Ja! Wo bist du Brudak Ganz irgendwo bei er kommt Dingens, pass auf. Kidman, Kidman. Ja, Kidman, hol mich, hol mich, hol mich. Bruder ist tot, warum hast du Bruder gekillt? Hä, wo wird geschlagen? Ach, bei C! Warum hast du Bruder gekillt? Digga, let's go, jetzt fehlt noch noch Kidman. Ach, mein Kidman hier! Hup, hup, hup. Nein! Komm her, komm her. Ich hab grad Hobbs genommen, Digga, ich hab grad gar nichts gecheckt, Digga. Ich hab grad gar nichts gecheckt, Digga. Ähm... Hä, hast du jetzt woanders, Digga? Nein. Äh, Digga! Leute, wir müssen da hin, wir müssen jetzt Kidman zerbersten, Digga. Ich bin der beste Doktor, Digga. Ich will an deine Prostata Kidman, Digga. Dann komm, mach gerne das Ding ins Loch auf. WAH! Der ist wieder hinter mich. Der ist hier irgendwo. Ah, guck mal, wo der ist, der kleine Schlaminer, Digga. Hast du noch welche, hä? Digga, wo bist du hin? Lauf, wach mit, lauf! Nein! Ja! Oh mein Gott! Wie hab ich dich da nicht... Äh, da nicht? Ich mein, da noch, da noch, da noch, da noch. Okay, meine lieben Freunde, ich würd mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Like und dann checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs ab. Und natürlich mein Instagram, meine Lieben Freunde. Ich würd mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und... Lasst eure Prostata nicht von irgendwelchen Doktoren anfassen. Außer es ist wirklich gut. Also von einem richtigen Doktor. Nicht von einem, der von der Straße sagt, hey, lasst mal Prostata anfassen. Also nicht von dem Straßen... Du hast eine Weisheit fürs Leben. Digga, krankgeweisheit. Also ich würd mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und... Tschau! Tschau! Tschau!